Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Call of Duty Modern Warfare 3. Mit dabei ist wieder der Iceman. Wir machen 1 gegen 1. Und let's go! Ich hab die gesehen. Ach komm, Alter. Wie setzen wir nochmal ein Taktik-Anschie ein? Ich hab keine Ahnung. Ich muss mal kurz nachgucken. Ja, ich guck auch mal eben nach, ja? Actions. Cool. Ja, cool. Okay. Oh, Leute. Du warst da? Ich wusste nicht, dass du da warst! Ich wusste doch nicht, dass du da warst, Mensch. was wie du hast du geht rauf dann ernst ich dachte wir spielen nur mit dem zielfernrohr aber nicht mit aco g alter der flick war trotzdem sick ja der wirklich sick oh ich wäre fast runtergefallen auch dein ernst karin auch kommen alter warte mal kurz ich muss mal kurz ja den controller ausstellen hast du wegen springen spring springen sagt bescheid wenn du fertig bist ja 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 mach ich die unlimited time schließlich mit pistole ja kann weitergehen okay ich muss die waffe wechseln so jetzt statt dass mein taktik einstieg dafür nutzt dass du ein vorteil gegenüber hast nein du zerstörst ihn ja die punkte ich bin ich auf dass ich mit dem spiel aber spielst du mal der mal ist es ist es ist immer noch ein zielfernrohr mensch ja aber das ist ein vierfach suche in battlegrounds ja vierfach wo hast du dich hingekämpft digga ich kämpfe nicht ich laufe die ganze zeit ach komm campen tue ich nicht das wäre ohne ehrenhaft müsste doch wissen oder warum habe ich hier keine raw input alter weiß nicht wenn man muss jams geht sich hier durch die gegend ich weiß ich kenne das ich kenne das bei bo2 weißt du doch aber manchmal hast du das problem nicht ich hatte es auch gerade ist auch gerade irgendwie habe mich um dreimal herum gedreht du bist du hingerannt von dem punkt aus ich bin immer noch da wieder im haus verkrochen oder was aber in der politischen ich bin nicht wirklich in wird ich bin nicht wirklich in wird ich bin nicht wirklich in wird Bleib stehen Digga, meine Maus! Na! Na, never ever! Das ist so für die Killcammern Lade Bei mir sah es ganz normal aus Er ist so schwierig gerade Ganz normal Bei mir sah es wirklich ganz normal aus Alter, ich hab erst ein Rechts-Turn, dann ein Links-Turn gemacht und sich dann getötet Ja, das hab ich gesehen Ja, dann erzähl mir doch nicht, dass es ganz normal aussah Ja, aber es sah nicht so sprunghaft aus irgendwie Es springt ja auch nicht, aber es Es spinnt halt irgendwann einfach rum einmal Du bist oben Wie kommst du drauf? Weil dein Schuss von oben kam und du bist runtergesprungen Ich muss auch was Lachenladen Lachenladen Wie wir gleich seid die Lache laden mussten Ich hab auf der Waffe keine Extended Max dabei ich auch nicht ich hab fünf schuss drauf solltest du ja im vorteil sein ach du hast eine andere waffe okay ich hab die 118 mal ja die hatte ich ich gerade eben wo ich noch das thermal drauf hatte jetzt 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 habe ich ja die msa drauf der war schon gleich der shitmarker war schon geil sagst du naja der shitmarker der shitty maker bis dahin ich lauf hier durch die gegend erstmal das nicht schon wieder nicht schon wieder bist du denn immer noch bei der brücke ich habe gerade meine flash geschmissen ich bin immer noch bei der brücke ich habe keine sorge ich habe den taktiker schickt ich habe keinen taktiker anstieg nein ich kenne die spawns hier komm bist du immer noch bei der brücke wir machen jetzt long range ich wurde erst mal eine andere waffe ohne schalldämpfer schalldämpfer drauf ja wirst du das nicht die ganze zeit alter was ne pussy ey hast du den gesehen ne ich hab geskippt echt jetzt ja ich hab mich da ins gebüsch gelegt und gewartet bis du vorbei läufst das habe ich mitgekriegt das habe ich mitgekriegt oh war das knapp diggy alter ich spiel dich mal mit dixens du sch... ich lag ganz ruhig oh was, hä, was? hä? hä? Taktik anstieg nicht taktik anstieg nein ach du wichser du wichser du alles klar bist du immer noch mit da oder? nein ok alter diese Dexmaus die maus ist glaube ich nicht schuld das sind die spiele keine ahnung ich habe ich habe dasselbe problem bei bio 2 aber ich weiß auch nicht warum ich kann ich weiß echt nicht die bescheuert auf jeden fall bist du noch bei der brücke? nein nein ich bin gerade jetzt gespawn achso ich bin gerade in der Einstellung ok lol ich würde mal interessieren ob man ähm kaufstüchtig auch mit mit dem Lenkrad steuern könnte geht echt jetzt? na sicher muss man total bescheuert sein alter dann müssten wir mal ne Schalke draus machen weißt du wir brauchen jetzt beide so ein Lenkrad und dann machen wir eins gegen eins Sniper mit Lenkrad haha wieso kann ich nicht mal meinen Kontroller gerade übernehmen weiß ich nicht du stehst hinter mir Karim ich hörst ja ich weiß ich steh hier aber ich mach nix ich mach nix mein Bruder du wolltest dich hinter mich stellen Digga ich hab dich nur gebastelt aber ich tu wieder nix hab uns beide geflasht toll ne aber ich muss echt sagen ne ich mein ich mein die Grafik war ja schon geil damals eigentlich ne ich mein ok mit heute kannst du es eigentlich nicht mal richtig vergleichen so weißt ne aber ist schon geil gewesen muss man sagen warum geht das nicht warum ist die Banane krumm warum steht du in der Wachmaschine rein geht es weiter oder was warte ich guck wie du das aus also ich stehe hier auf der anderen Seite des Schwachs ne wenn du wenn du es so weißt also hier auf der Hände auf der Geraden weißt du du wirst mich ja wahrscheinlich denk ich mal du hast es einmal bescheid wenn es los geht und dann geben wir uns drei Sekunden und dann gehts los oh du gehst hoch ich weiß komm geht los ok 3 2 1 go so nee 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 einfach nein jetzt hab ich ne ultralangsame Maus aber dafür jumpt die nicht mehr so nachher so 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 ich war doch so gut getarnt oder nicht mehr oder weniger wo ich mein Taktik neifeln gehoffen keine ahnung ich suche das gerade ok alter schämst du dich gar nicht dann müsstest du wieder dahinten gespawnt sein wie kommst du auf die Idee jetzt ist nur die Frage auf ja oh mein ein Nein ab g Bei uns geht grad richtig die Sau ab draußen Echt? Ja Boah, meine Maus Hört nur die Frage auf, hast du ein Taktik eigentlich schon gelegt oder nicht? Nein, nicht dein Ernst, Hitmarker Was für Hitmarker? Das sind Shitmarker, Dicker Ja, du hast mir einen Shittymarker gegeben Ein Shitty McGregor, weißt du? Move like Jagger, shit like Jagger Erweiteres Magazin, okay Oh fuck Nein! Nein! Du Untermensch Nee Digga, krasses Scheiße Doch Digga Nein, Scheiße Doch Digga Nein, Scheiße Nicht Scheiße Niemals Hitty, Shitty, Diggi Och ich hab vergessen, dass du einen Taktik Einstieg hast Bist du da runtergefallen? Hä? Ne Wer ist runtergefallen? Im Scope ist die Boss so ne langsame Taktik Einstieg, die ich habe, ne? Ja Alter, wie konnte der denn nicht sitzen? Wer? Der ist Schuss gerade auf der Brücke Ist nicht Ist nicht Oh Gott Nein, ich wollte Wurfmesser schmeißen Richtiger Untermensch Digga, was ist mit Beide Ja, warum trifft denn das Wurfmesser nicht, wenn ich das will? Because I said no Ja, da Abgehardscoped Warum geht mein Chesscontroller nicht, Mann? Ich verstehe auch nicht Was? Woher? Wusstest du? Das? Ich hab nicht mal gesteppt Ich hab nicht mal gesteppt Du hast ein einzigen Stepp Ein einzigen Stepp hast du gemacht Lol Aber wenn ich jetzt mit Würde du mir jetzt anprangern möchtest ich mit Warlex spiegeln Dann hättest du schon lange voll die Fresspolitik bekommen Hä, wieso? Weil ich doch dann keinen Charme habe Achso, ja Dann wird einfach nur rasiert Gegen oder mit dem Strich? Immer gegen den Strich Immer gegen den Strich Und ohne Gleitcreme Hä, wo bist Wo bist du? Hier Ah nee, das wird langweilig wenn ich das so mache Pisser Der war sexy Der war richtig sexy Aber nicht so geil wie der eben Quick Nose Go Shit Dings Ja, Mann Wo bist du jetzt gespawnt, Alter? Am Arsch der Welt, wieso? Dann bist du wieder da vorne beim langen Gang Wie kommst du da raus? Was? Warum? Warum? Warum was? Warum triffst du dieses scheiß Messer nicht? Weil du nicht geworfen hast? Ich habe geworfen Karin, wo bist du? Bei dir Mein Wurfmesser gelandet Ach komm Du bist doch ein Camper, ne? Warum camp ich denn? Ja ist okay, Camper Ich bin wieder bei der Brücke Wieder bei der Brücke? Du hast doch gar keinen Takting-Einstieg Oh ja, weiß Ich? Nee, weißt du nicht Ich bin bei der Brücke, Diggi Ja, ich auch Na gut Ficken Du kleiner Ficker Du kleiner Ficker Du kleiner Ficker Du kleiner Ficker Ich bin auch bei der Brücke Ja, das ist richtig, Alter Ja Was soll? Die ist scheiße Und du bist doch wieder gespawnt Ja, ach was, bin ich doch schon wieder gespawnt Gespawnt, ja genau, gespawnt Ficken! Ficken! Piss Pissratte! Oh, jetzt weiß ich wieder wo du gespawnt bist Piss auf mein Haupt, Alter Ficken! Also Spezialisten-Bonus ist schon echt praktisch Oh, du bist wieder drüben gespawnt Fick dich, ey Ah nein, du bekommst von unten gekommen Ich dachte du, ich hab dann... Ja, ja, ich dachte ich wäre eine Step-Man in der Mitte gewesen Ja, scheiße, wa? Du bist jetzt links, Karin? Was? Du bist links Bin ich das? Ja, du bist nach unten gerannt Du bist jetzt links, Karin? Was? Lucky Das war Lucky Ja, was? Ich wusste doch, wo dein Steps fahren Was? Warum? Wieso, warum? Wie? Ich hab den Trigger gepullt Und abgedrückt Und dir dabei den Schuss verteilt Doch, du hast aber gar keinen Rapid-Fire-Controller Ja Brauch ich doch gar nicht Ich war ja schon immer schneller Ohne Rapid-Fire-Controller als du Stimmt gar nicht Mh, doch Warst du liegen? Haben wir an der Fall den Mb2 ausprobiert Da war die Fall Ok, wo bist denn du überhaupt? Brücke Ich auch Fick! Ich wusste, wo mein Taktik-Einstieg ist Ich wusste es Was? Also, ich wusste es Du wusstest, wo mein Taktik-Einstieg ist Ich wusste, wo der war, ja Ich bin da dran vorbeigelaufen Ja, ich weiß Also, bei der Frage Ja, wo ich bin, wusste ich Na, Alter legt er sich hin Ein Steady-Aim Hat sich halt gelohnt, ne? Oh, ich hab den Taktik-Einstieg vielleicht planten sollen Bevor ich das Solltest du wohl machen, ja Du weißt, ich bin unberechenbar, weißt du Mh Besonders, weil ich so cool bin Voll unberechenbar! Hä? So unberechenbar, Digga Ja, ich bin richtig unberechenbar Keiner weiß, wie ich spiele Außer du vielleicht Ab und zu mal Oh, du rennst schon wieder unten lang Was? Was ist unten? Karin, ich bin bei der Brücke Und du? Ich nicht, ja Also, ich bin bei der Brücke Bist du nicht? Bin ich sehr wohl Nein, nein Ich bin auch bei der Brücke Was? Wo? Taktik-Einstieg Du bist so ein Gammler, Alter Ja! Richtig, Digga Richtig, Digga Richtig, Digga Er war nicht mal drauf Er war nicht mal drauf Diese Hitboxen Diese Hitboxen Diese Hitboxen Obwohl du nur 13 Kills hast Der Moment Oh mein Gottes Auf jeden Fall Leute, danke fürs Zuschauen Ich hab's mal übelst verkackt Gegen den Iceman War ja wieder klar Auf jeden Fall Ich hoffe euch hat's gefallen Lasst doch mal einen Daumen nach oben da Man legt sich halt nicht mit dem Pro an Richtig, folgt mir mal auf Twitter Und stellt mir Fragen Weil ich ein FAQ machen möchte FAQ? Frage, Antwort für dir Q&A Ja! Und auf jeden Fall Würde mich freuen Haut rein Ciao! Ciao! Mul und 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 Will go Bo 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 Bis zum nächsten Mal.